Herzlich Willkommen im Kreisland Friedrichshain! Hallo, mein Name ist Denise, ich bin Hebamme hier im Friedrichshainer Klinikum. Ich bin zwar gerade in Elternzeit, ich komme aber bald wieder und ich freue mich sehr drüber. Hallo, ich bin Maren, bin das erste Mal 2008 hier in diesem Raum gewesen, als die Räume nämlich ganz neu eröffnet wurden, habe mich sofort verliebt und wie ihr seht, bin ich immer noch da. Hi, ich bin Lisa, ich bin Katja und wir arbeiten hier in Friedrichshain und wollen, dass ihr kommt. Wir sind ein sehr cooles Team, ganz bunt, jung und alt und ergänzen uns sehr gut. International, die Zusammenarbeit mit den Ärzten funktioniert total gut. Und wir beide sind schon seit der Ausbildung hier und das sollte auch für das Team sprechen. Besonders liebe ich die Lage unseres Kreissails, mitten im Zentrum der Stadt und doch auch im Park und die Leute, die vorbeilaufen, laufen auch manchmal in unseren Kreissaal hinein. Und irgendwann laufen sie wieder hinaus und dann laufen sie mit den Kinderwägen bei uns vorbei und wir können aus den Fenstern winken oder uns im Park treffen. Das ist herrlich. Und für mich ist die Betriebskita gleich nebenan absoluter Luxus. Ich kann die Kinder theoretisch vor dem Frühdienst hinbringen, direkt danach wieder abholen. Und das ist einfach schön, weil umso mehr Zeit kann ich auch mit meinen Kindern verbringen. Was schätzt du eigentlich an unserem Kreissaal? Ich schätze die Supervision, die wir monatlich haben. Ich schätze sehr, dass wir unseren Wunschplan selber schreiben dürfen. Und ich schätze die Einarbeitungszeit, die wir zu Beginn bekommen. Und du? Ich mag, dass wir so flache Hierarchien im Team haben und so ein gutes Verhältnis zwischen den Ärzten und den Hebammen und generell im Team gut arbeiten. Das stimmt.